Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich hole mir mal das Chaco hier. Geht's schon los? Ich glaube, ich habe die beste Waffe gefunden, die es hier auf der Map gibt. Dieser Geldstab hier. Ja, also hier fließt das Blut schon mal in Strömen. Wo kommen die denn her? Also bisher habe ich noch keinen Treffer abgekriegt. Shockwave ist ready bei mir. Pings, du kannst diesen Leuten da den Kamm aus den Haaren nehmen. Ich werde jetzt den DJ umbringen können. Ja. Boah, hier liegt ein einzelner Kopf rum. Das ist ja übel. Die Sounds sind lustig. Boah, mitten ins Gesicht. Ay caramba. Komm mit mir in den Stufen, Hilfe. Und hast du dir den Basie geholt? Ja, der ist schon kaputt. Jetzt habe ich mir den Kampf um den Typ. Berserk ist bei mir jetzt ready. Äh, ich habe den mit seinem eigenen Kampf getötet. Mit seinem Kampf? Kampf. Ich habe den mit seinem eigenen Kampf getötet. Oh, ich glaube, der lebt. Was ist denn mit denen, die so zucken? Weißt du, wenn man den Wegständer werfen kann? Ja. F gedrückt halten, ne? Die Lichteffekte sind aber ziemlich krass hier auf der Tanzfläche. Ja. Kampf, kampf, kampf. Ich trete dem gerade hier irgendwie die Haut vom Gesicht. Komm, wir werfen mit Stücken ab. Aber von hier aus ist das nicht cool. Mich muss da schon... Das ist jetzt ein komisches Glas. Oh, das sind Shots. Kann ich das Shot so gefährden? Oh, genau. Boah. Den habe ich aber gerade gut zerlegt hier. Manchmal steht man auf den irgendwie, ne? Ay Karamba. Hast du eigentlich die Wurfsterne gesehen? Ich habe mir einen genommen. Hier oben war auch nur einer. Komm hier nicht mehr raus! Scheiße. Soll ich dir helfen? Wo bist du? Ich bin rausgekommen. Aber ich habe Wurfsterne gefunden. Hand, drehen. Boom. Boom. Und... Hau ihn um. Der ist noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Wer, der hier? Komm, die Typen da oben weg, Smite. Nicht... Achso. Oben sind die härtesten, ne? Warte, ich... Ja. Weg, Smite. Jetzt rein und Smite die weg. Ja, das ist ein Smite. Junge! Klemmen mich hier schon wieder ein, die beiden anderen. Jetzt rein. Jetzt mach ich hier mal diese Ulti-Shock-Wave. Boah. Die sind jetzt aber gut geflogen hier, die Kollegen. Der ist nicht... Der ist dadurch nicht gestorben, durch das... Ach man, ich sterbe hier. Ja, was gehst du alleine da hoch? Ja, die sind durch Smite nicht gestorben. Scheiße. Ich bin hier eingeklemmt. Ich war da eingeklemmt. Konnte mich nicht belegen. Vor so zu springen oder so. Ja, ich bin gesprungen. Die Decke ist nur ultra niedrig. Geh da nicht hin. Phil has tight. Ich kann jetzt nicht mehr mitmachen. Ja. Man wartet besser, bis die hochkommen, so. Ich hab die mit Smite abgeschossen, mit diesen Torben. Aber hier steht jetzt Level Complete. Der hat schon kein Gesicht mehr, der Typ hier. Das war ja krass. Äh. Das war ja krass. Und hier haben wir aus. Okay, hier gehört was auf der indirecten tiếphalte. Bino ist recht. Das war ja krass. Don Basil von Planck. Nein, nein! Da war ja krass. Was ich halt komisch finde, dass man manchmal auf dem steht. Noch 6 Enemies. Wo ist denn hier der Boss? Der Boss war der Weiße. Der Boss ist down. Der Sound von dem... Du bist hier oben noch zu sehen irgendwie. Das ist voll der Bug. Gut, das Spiel ist noch Early Access, also es ist noch nicht fertig. Das ist die Alpha für Early Access. Da war doch noch so ein Schlachter Messer irgendwie. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So, ich hab grad den letzten erwischt. So. Level complete. Also, wie man sieht, die Disco ist total rot. Und das Spiel macht einfach nur Spaß, um sich abzureagieren. Ich hoffe, wenn's euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Speer. Bis dann. Bis dann.